gefährlich hohe trefferquote wir müssen über dieses thema einfach nochmal sprechen eigentlich sagt die trefferquote nämlich überhaupt nichts darüber aus ob ein trader geld verdient oder nicht insofern könnte man sagen ist doch egal aber es gibt einen aspekt zu beachten der dann doch wieder eine entscheidende rolle für den erfolg spielt also schaut euch an ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem tradermacher kanal es ist noch gar nicht so lange her da habe ich hier ein video veröffentlicht den link blende ich euch hier unten ein da ging es um eine 90 prozentige trefferquote ich habe zwei handelssysteme vorgestellt bei einem sollte die trefferquote deutlich über 90 prozent liegen bei dem anderen system deutlich unter zehn prozent das eine hieß glaube ich sunshine feelgood system ihr könnt euch denken welches das war und das andere ironman system wenn ich mich nicht täusche und da war dann die trefferquote unter zehn prozent die ergebnisse die sollten bei beiden herangehensweisen in etwa gleich sein nun könnte man also sagen die trefferquote ist egal und das lässt sich statistisch auch belegen denn das risiko eines trades muss ja immer im verhältnis zu dem gewinnpotenzial liegen eine hohe trefferquote sagt also noch nichts darüber aus ob ich ein erfolgreicher trader bin soweit also die mathematik beziehungsweise die statistik aber jetzt fragt ihr euch doch mal in der realität was passiert wenn ich neun fehl trades hintereinander mache werde ich dann den zehnten trade weil mir mein system das so aufsagt werde ich dann den zehnten trade überhaupt noch ausführen oder breche ich eventuell vorher ab wir reden also über die psychologie und die spielt im trading eine gewaltige rolle ihr kennt das eventuell auch aus anderen bereichen ihr habt euch vielleicht am wochenende ihr seid eventuell durch einen artikel durch eine analyse durch was auch immer darauf aufmerksam geworden das internet bietet ins jahr zahlreiche möglichkeiten und ihr sagt beispielsweise so wie ich es annehme der euro us dollar steht vor einer trendwende charttechnisch das können wir uns in einem der nächsten videos noch mal ansehen sind dafür noch einige hürden zu nehmen aber wenn diese dann genommen sind dann ist der euro zum us dollar wieder im aufwärtstrend und was passiert in einem langfristigen aufwärtstrend irgendwann wird ein neues hoch erreicht wenn ich euch also jetzt sage der euro us dollar müsste unter charttechnischen aspekten eigentlich in den nächsten jahren auf neue hochs über 1,60 ansteigen kommt euch das völlig grotesk oder willkürlich vor kann doch eigentlich nicht sein kann man so etwas handeln ja als charttechniker kann man das machen aber da steht natürlich etwas entgegen hier die psyche wir sind monate beziehungsweise jahre gewohnt in denen der euro immer schwach war wir können uns kein szenario vorstellen in dem der euro über 1,60 ansteigt obwohl die chartanalyse das hergibt wie gesagt darum kümmern wir uns später es ist also ein psychologischer faktor in dem moment wo ich diese analyse lese vielleicht hat sie auch hier jemand besonders überzeugend geschrieben vielleicht werde ich auch ein besonders überzeugendes video dazu machen und ihr habt euch das video angesehen und sagt ja es ist möglich der euro kann über 1,60 ansteigen und dann geht ihr vielleicht oder ich hoffe zumindest eine position ein die in einer größenordnung so gewählt ist dass das depotrisiko nicht höher als ein oder zwei oder drei prozent beträgt denn mehr sollte es im trading nicht sein und selbst wenn etwas noch so spektakulär wird solches money management ist absolut wichtig ansonsten geht über kurz oder lang baden da habt ihr also die position und der euro steigt vielleicht 100 pips alles in ordnung fällt er dann allerdings für zwei wochen selbst wenn er vom stopp noch lange entfernt ist was beginnt dann das große grübeln warum weil unser kopf eben permanent weiterarbeitet und so ähnlich ist das auch bei der trefferquote ich kann mir also ein system entwickeln und ich weiß dieses system erfordert lediglich eine trefferquote von na sagen wir mal 30 prozent es ist aber profitabel und profitabel ist nun mal gut dann fangt ihr an und wenn die ersten trades erfolgreich sind dann sagt ihr jawohl richtig gut von mir ich habe es ja gewusst damit kann ich umgehen trefferquote von 30 prozent damit verdiene ich geld wenn es aber so losgeht dass bei dem bei diesem system die ersten vier oder fünf trades daneben gehen dann werdet ihr das system möglicherweise schon in frage stellen obwohl noch gar nichts verkehrt wäre bei eurem system dürften also mehrere trades in folge in den verlust laufen passiert das aber als erstes dann stellt ihr das system welches möglicherweise sich als der heilige graal herausstellen wird dann stellt ihr es in frage weil die psychologie beziehungsweise die mechanismen eures gehirns dann in kraft treten und euch ins grübeln kommen lassen und deswegen kann ich und darum geht es mir eigentlich euch nur zu zwei dingen auffordern erstens bleibt diszipliniert wenn ihr ein system herausgearbeitet habt und ihr wisst dieses system funktioniert dann haltet es durch auch durch die verlustphasen wer nämlich permanent versucht sein system zu optimieren anzupassen ja wenn wir über lange trends sprechen im laufe von jahren muss man systeme selbstverständlich anpassen aber wer zwei oder drei tage keinen erfolg hatte der muss sein system noch nicht anpassen das wäre viel zu früh und viel zu schnell und das ist ja das ist eben eine ganz große gefahr weil dann möglicherweise ein system euch durch die lappen geht welches eigentlich sehr erfolgreich gewesen wäre so das erste ist also die disziplin durchzuhalten nicht zu früh schon dieses system anzupassen sondern erstmal zu schauen über einen längeren zeitraum wie sind die ergebnisse und das zweite ist findet ein system mit dem ihr euch wohl fühlt und seid ganz ehrlich mit euch ich zum beispiel ich bin ja habe angefangen als news trader und ein news trader ist gewohnt dass relativ viele trades in den gewinn laufen er ist häufig ein klein wenig beschränkt ja das gefällt euch beschränkt im sinne der volumina die er handeln kann handel ich beispielsweise eine us-aktie in deutschland dann kann ich nicht sagen ich hätte diesen trade auch mit dem fünffachen oder zehnfachen oder hundertfachen des kapitals umsetzen können denn häufig ist es so dass ich nur die teile eben handeln kann die mir der makler gibt ich gebe einen kaufauftrag auf oder einen verkaufsauftrag und kann nicht beliebig große stückzahlen handeln sondern muss schauen dass ich überhaupt irgendwie eine ausführung bekommen ein news trader ist also auf vielerlei art und weisen in seinem geschäft ein klein wenig eingeschränkt dafür hat er aber in der regel eine hohe trefferquote ich fühle mich also mit einer relativ hohen treffer quote wohl ich muss also schauen wenn ich in andere bereiche gehe also im positionstrading vom dax oder vor allem euro us dollar oder vielleicht auch von gold dann versuche ich systeme zu finden bei denen ich relativ schnell teilgewinne realisieren kann das ist ebenfalls nicht der beste aller wege es gibt durchaus systeme bei denen teilgewinnen mit namen gar keine rolle spielen aber für mich ist es eben psychologisch passend ich möchte möglichst schnell etwas was ich vom tisch nehmen kann und der rest läuft dann ja mehr oder weniger ohne risiko weiter noch mal ganz wichtig es geht dabei nicht darum dass dieses system besser ist als andere sondern es geht darum dass ich mich mit diesem system wohlfühle und da kann ich euch nur ermutigen euren eigenen weg zu finden wenn ihr beinhart und diszipliniert seid und sagt verluste tangieren mich überhaupt nicht ich bin danach genauso gut gelaunt wie vorher weil ich weiß die gewinne werden kommen dann könnt ihr mit einem system auch mit niedriger trefferquote durchaus glücklich werden wisst ihr schon von vornherein verluste belasten mich zerstören wir eventuell den schönen feierabend ich habe dann schlechte laune ich will dann alles ändern alles auf den kopf stellen ich mag keine verluste ich kann nicht gut damit umgehen könnt ihr natürlich daran arbeiten und sagen gehört dazu aber bevor ihr dann euren kopf überzeugt hat dauert es eine ganze zeit insofern wenn ihr so veranlagt seid also so ähnlich wie ich ich mag verluste auch nicht allzu gern dann sucht oder arbeitet in einem system welches euch relativ schnell erfolge bringt also in meinem fall sind das wie gesagt teilgewinnmitnahmen ich mein erstes ziel ist in der regel relativ nah dran wird dann erreicht ich kann den stopp nachziehen dadurch ganz klar gehen mir manchmal auch sehr große bewegungen verloren weil ich möglicherweise durch einen nachgezogenen stopp bereits eine halbierte position oder eventuell auch komplett ausgestoppt bin das ist der nachteil dieses maximierungsprinzip ich will das beste aller systeme ich möchte alles mitnehmen ich will gleichzeitig größtmögliche sicherheit also ihr kennt dieses dreieck das ist ist immer ein kompromiss und ihr müsst eben euren kompromiss finden denn die eure mentale verfassung ist ein spielt eine ganz wesentliche rolle ist ein großer faktor im trading einer der möglicherweise viel zu selten besprochen wird denn handelssysteme sind gut und schön aber dieses handelssystem muss eben zu mir passen wenn ich da in meinem stillen kämmerlein sitze und ganz allein mit mir erfolg und misserfolg ausmache dann ist das ein ganz ganz wichtiger punkt so das war's für heute dazu wenn ihr dazu eine meinung habt dann hinterlasst die sehr gerne in der kommentarfunktion im übrigen gehe ich in dem in meinem kostenlosen report unter trading wissen auf solche themen immer mal ein wenn ihr lust habt euch das durchzulesen einfach auf www.tradermacher.de und dann kostenlos eintragen beziehungsweise eintragen und dann kostenlos den report jeden mittwoch erhalten in dieser woche gibt es noch ein zweites video und ich habe gehofft während ich spreche viele mir der titel ein aber ich schaue mal ganz kurz für euch nach am donnerstag werde ich mir für euch ansehen genau den titelblatt indikator haben einige von euch vielleicht schon gehört also wenn große anlegermagazine wie zum beispiel das barons in den usa drauf schreiben da 30.000 punkte ist dann vielleicht die zeit zu verkaufen darüber sprechen wir am donnerstag und für heute wünsche ich euch erstmal noch einen schönen abend macht's gut bis dann